Yoho Leute, da bin ich wieder und es geht weiter mit Case Story und ich habe eigentlich gerade eben schon 20 Minuten aufgenommen, wurde dabei allerdings ziemlich gestört und ja, deswegen habe ich die Aufnahme wieder verworfen und es ist sowieso egal. Ich bin ein paar mal gestorben und ich kam nicht weiter und ich bin mal gespannt, ob ich jetzt weiterkomme, jetzt habe ich ja wenig Übungen gehabt, immerhin schon mal. Das ist einem schon ein Vorteil und wir sind im Kern, wir sind im Herzen der Insel angekommen und die Musik ist ziemlich cool. Seltsam am Ort, ich frage mich, ob das hier jemals eine Art Basis oder so war. Mein Terminal, wir öffnen die Tore, bitte, die Tore gehen auf, wunderbar. Abnormalität in Tor Nummer 4 erfasst, sehr seltsam. Okay, 1, 2, 3, 4, okay, steht auch dran. Hm, dieses Tor ist, er hat es nur geschafft, halb aufzugehen. Sieht so aus, als würde es irgendwo festhängen. Okay, nehmen wir einfach unseren Blasstern und schießen ein bisschen drauf und du hörst, wie etwas nachgibt. Und das Tor geht ganz nach oben, wunderbar. Curly geht weiter und da ist noch ein dickes, fettes Tor, das nicht aufgehen will. Nur Tor nach Tor, diese ganzen Sicherheit macht sorgt nur dafür, dass ich mich frage, was hier unten ist. Du nicht, dich nicht auch? Hm, ich weiß schon, was hier unten ist. Ach ja, ich muss jetzt alles wieder erzählen, was ich gerade eben erzählt habe. Was ich hier habe, es ist orange, es ist nicht nur unser normaler Raketenwerfer. Und als wir Balrog in der Kammer besiegt haben, wo der Stein war, dachte ich eigentlich, es wäre eine Raketenerweiterung, sodass wir mehr Raketen tragen könnten. Aber, das war es nicht. Wir haben die Super-Raketen bekommen, den Super-Missile-Launcher. Deswegen ist es auch Level 1. Ich habe mich ja kurzzeitig gewundert, warum es plötzlich wieder auf Level 1 ist und wir keine Erfahrung dafür haben. Aber, es liegt einfach daran, dass es quasi eine komplett neue Waffe ist. Und, deswegen haben wir auch keine Munition mehr. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber, diese Waffe ist insofern genial. Sie hat genau die gleichen Angriffsmuster wie der normale Raketenwerfer. Und ich werde die drei Raketen, die ich jetzt habe, nicht verschwenden, denn jetzt kommt ein Bosskampf. Da brauche ich jede Feuerpower, die ich habe. Denn an dem bin ich nämlich gerade eben die ganze Zeit gestorben, gestorben und gestorben. Ertrunken bin ich auch. Wie man schon mal im Wasser hier sieht, da kommt noch mehr Wasser. Ja, und der einzige Unterschied zwischen normalen Raketenwerfer und Super-Raketenwerfer ist, dass der Super-Raketenwerfer mehr Schaden macht und die Raketen schneller sind. Da um ist Curly und wir sehen hier schon jede Menge Roboter. Alles kaputt. Und wir lassen Curly jetzt erstmal links liegen. Gucken uns das grüne Gebilde hier an. Was immer das sein wird. Und hier glitzert etwas. Gucken wir uns das an. Etwas ist um den Arm des kaputten Robotes gewickelt. Wirst du es nehmen? Ja, und wir haben ein Abschleppseil. Und dieses Abschleppseil, was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch, wenn wir es geschafft haben, dieses grüne Ding da zu besiegen, was nämlich jetzt der Bossgegner ist. Ich kann euch aber schon mal so viel sagen, hätten wir den Booster 0.8 von Professor Booster genommen und hätten wir halt nicht, dass die Stelle einfach übersprungen, wäre das Abschleppseil nicht erschienen. Und ja, was für Konsequenzen das gehabt hätte, das sehen wir gleich hoffentlich. So. Sieh nur, das ist ein Oberfläche, äh, ein Oberfläche vom Soldat. Das ist ein Soldat von der Oberfläche. Er ist aber komplett zerstört. Hier sind noch jede Menge andere, wie es genau hier unten. Was zur Hülle könnte hier passiert sein? Kein Mimiga. Nein, sie machen nicht so viel Schaden. Ah, er lebt noch. Es ist immer noch am Leben. Bzz, 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 bzz. Team 9, zerstört. Äh. Blablabla, ähm. Die Zerstörung des Ziels ist fehlgeschlagen. Momentane Kräfte sind unzureichend. Rückzug, Rückzug. Wir können uns nicht mehr zurückziehen. Zurückziehen, das Torwitz zu. Und ich muss mich ausrüsten. Wie man an der Musik hört und an den Balken sieht, ein Boss. Und was könnte es anderes sein, als der Kern selbst. Und er ist so ein Mistgegner. Ich kann den nur verletzen, wenn er blau ist und auch nur die Mitte. Wie man sehen kann, er hat verdammt viel Lebensenergie. Und er schießt einfach alles, was er nur hat. Teilweise hat er Schüsse, die 20 Schaden machen. Mit einem Schuss und das Wasser steigt. Wir können ihn schön ertrinken. Alles wunderbar. Also es ist so ein toller Kampf. Aber man sieht, das Spiel wird schwerer. Super Missiles, ja. Immerhin. Oh, wir hatten so viele. Gut, wir haben ein paar von den zerstörten Schüssen bekommen. Immerhin. Gib mir noch mehr Raketen. Ja. King, mach mal ein bisschen Schaden hier. Genau, ja. Das würde ich sehen. Level Down, okay. Das wollte ich nicht sehen. Herzen kann ich gebrauchen. Level Up, ja. Das ist gut. Ich habe King wieder, aber ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht ertrinke. Und ich darf mich natürlich nicht von ihm treffen lassen. Nein, er schießt die starken Schüsse. Den ist schwer es auszuweichen. Geht er hoch, geht er hoch, geht er hoch, geht er hoch. Ja, das war es. Eins, zwei, drei. Und, oh, dopp, dopp, dopp. Ein Level 20. Habt ihr das gesehen? Ein Schuss macht mir 20 Schaden. Es ist so unübertrieben. Und wir hätten auch ein Item kriegen können, wenn wir den Booster aufgesammelt hätten, mit dem wir unter Schaden, den wir nehmen, halbiert wird. Aber, da wir den Booster nicht aufgehoben haben, konnten wir das Item nicht holen. Also, wir hätten es mal mit dem Maschinengewehr holen können, aber das haben wir auch nicht geholt. Und es ist einfach so kacke, diesen Bosskampf zu machen, wie man sieht. Ich habe ihm jetzt vielleicht ein Viertel seiner Lebenserklärung hier abgezogen und ich habe nur noch sechs. Und ich werde es garantiert wieder nicht schaffen, weil es einfach so ein schwerer Bosskampf ist. Und er kann durch die Wände durchschießen und den Boden und... Ach Gott, mach dein Auge auf. Ja, genau, schick deiner Untergebenen in den Weg, damit ich dich auch gar nicht treffen kann, ne? Na, wenigstens gegen die mir Schüsse leben. Okay, ich muss aufpassen. Ich glaube, ich versuche es jetzt einfach, die Schüsse zu zerstören und dann wieder mein Leben aufzuladen, weil ich habe vorher versucht, einfach auf ihn weiter drauf zu ballern. Es hat nichts gebracht. Ah, er schiebt uns weg, na toll. Aber... Ich kann die großen Schüsse nicht zerstören und die machen uns so viel Schaden. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich gerade eben irgendwie fünf oder sechs Mal gestorben bin, was ihr nicht sehen könnt, weil ich die Aufnahme nämlich gelöscht habe. Okay, noch einmal. Wir sind wieder hier drin mit der coolen Musik, die in geheimnisvollen Unterton liegt schon. Und dieser Kern ist übrigens genau das Lebewesen, der Organismus, der die Insel am Schweben hält. Und ja, wir wissen nicht genau was, warum wir ihn zerstören, aber es bleibt uns keine andere Wahl. Wir wissen einfach nicht, ob wir es jetzt lang müssen oder können. Und der Kern greift uns an. Wir können einfach nichts dagegen tun. Wir müssen ihn besiegen. So. Mhm, bla bla, wie gehabt. Tor hängt fest. Wir müssen uns schießen, damit es sich bewegt. Und dann, ja, Lift senken, bitte. Schneller, bitte. Ich möchte wieder kämpfen. Ja. Und es wäre so einfach, wenn ich einige Items aufgesammelt hätte. Aber ich will nun mal das beste Ende haben. Und dann muss ich den harten Weg gehen. Es geht leider nicht anders. Sorry, Leute, wenn das jetzt für euch vielleicht langweilig ist, dass ich diesen Gegner mehrmals machen muss, weil ich ihn einfach zu blöd bin, ihn zu besiegen. Oder nicht gut genug. Besser gesagt, das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Aber es geht leider nicht anders. So, Tauchpassage. Tauchpassage. Ich frage mich, warum braucht ein Roboter überhaupt eine Luftanzeige? Ich meine, der atmet doch nicht, oder? Ist das so ein humanoider Roboter, dass er sogar Sauerstoff braucht, um zu funktionieren? Das wäre dann schon ein ziemlich cooler Roboter. Aber warum sollte man ihm nur so eine Schwäche einbauen? Das gibt doch gar keinen Sinn. Wer hat die überhaupt gebaut? Wir wissen nur, dass sie von der Oberfläche kommt, von der Erde. Und ansonsten wissen wir nicht viel über sie. Wer weiß, vielleicht erfahren wir noch etwas darüber. So, wir holen uns das Abschleppseil wieder. Bla bla. Und jetzt mal gucken. Vielleicht schaffe ich den Kor ja diesmal. Das wäre irgendwie ziemlich cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, man hört bestimmt auch, dass ich jetzt nicht mehr so motiviert bin, Cave Story zu spielen. Weil der Gegner einfach kacke ist. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich ihn ja bald besiege. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann, dann, keine Ahnung, wenn ich die 30 Minuten Mark-Überschreitung ja noch nicht geschafft habe, dann fange ich, dann, keine Ahnung, mache ich heute Schluss. Dann habe ich keinen Bock mehr. Dann bin ich mal debido. Dann habe ich wieder.